Das war ein Wiesnach, das wir hier gemacht haben. Das war ein Wiesnach. Einmal stag in dieser Zeit nicht von gutem Dorfus zu reden. Aber der E.L.M.E.S. doch, der E.L.V. doch noch Kars. Und der E.L.V. doch noch, wir führten doch noch, wir führten doch noch in Lidi Kontres. Und wir führten doch auf Afina, auf ein Diffensuch, das sie noch gewähnt, in Dostoch-Bergen, wie alle joh, in Dostoch-Bergen, wie alle joh. So, das ist es da gegeben, wenn es in jedem, aber auch das da gekennen, Tron und kennen geben. Aber ein E.L.V. und das heißt, wir schulden, wir schulden, wir schulden, wir schulden, wir schulden.